Moin Leute, herzlich willkommen auf unserem Kanal Mathe leicht gemacht mit dem dritten Video der Playlist Vektorgeometrie und in diesem Video schauen wir uns an, wie wir den Abstand zwischen zwei Punkten berechnen können. Wenn wir jetzt hier einen Punkt A und einen Punkt B haben in dreidimensionalen Raum, ihr seht x, y und z Koordinate, wie man da den Abstand zwischen diesen beiden Punkten berechnen kann. Das machen wir mit dieser Formel, das sieht natürlich schlimm aus, aber das ist wirklich gar nicht schlimm. Da steckt im Endeffekt nur der Satz des Pythagoras im dreidimensionalen Raum hinter und wir zeigen euch in diesem Video alles, was ihr hier zu wissen müsst und vor allem, worauf ihr zu achten habt. Am besten schreiben wir uns die Punkte so auf, dass sie untereinander sind. Das bedeutet, dass wir die x-Komponente und die y-Komponente und die z-Komponente direkt untereinander stehen haben. Und da müssen wir nichts anderes machen als einsetzen. Wir haben ja zwei x-Koordinaten, einmal die x-Koordinate von dem Punkt A und einmal die x-Koordinate von dem Punkt B und die setzen wir einfach mal ein. Für x1 setzen wir jetzt einfach mal 2 ein, also die x-Komponente von dem Punkt A. Für x2 setzen wir minus 1 ein. Die y-Komponente von Punkt A setzen wir für y1 ein und den anderen für y2 und genau das gleiche bei z1 und bei z2. Wenn wir das Ganze dann einsetzen, müssen wir auf jeden Fall darauf achten, dass wir hier Minus und Minus haben. Bitte darauf achten. Minus und Minus ergibt Plus und was sich dann daraus ergibt, wenn man das einmal ausrechnet, ist das hier unter der Wurzel. Also 3 ins Quadrat plus 5 ins Quadrat plus 3 ins Quadrat, gut, das können wir ganz einfach ausrechnen, ist 6,56. Und dieser Wert 6,56 ist der Abstand zwischen den beiden Punkten A und B. Ich zeige euch nochmal diese drei Komponenten hier, 3, 5 und 3 anschaulich im Koordinatensystem. Das ist nichts anderes wie die Abstände in x, y und z-Richtung. Zeige ich einmal hier, das ist die in x-Richtung. Dann sehen wir hier diese grüne Linie, die stehen beide senkrecht aufeinander. Hier ist ein rechter Winkel und dann haben wir hier noch einmal diese Verbindungslinie und jetzt geht es hier nach oben nochmal 3 in z-Richtung und hier ist auch ein rechter Winkel. Und diese Werte kann man sich hier eintragen. Einmal 3 in x-Richtung muss ich gehen, dann muss ich einmal 5 in y-Richtung gehen oder x2-Richtung und dann nochmal 3 in z-Richtung, also nach oben. Und das sozusagen, der direkte Weg dahin ist halt diese gelbe Linie. Es ist übrigens egal, ob ich a-b oder b-a rechne. Ich kann die beiden Punkte auch vertauschen und das zeige ich euch einmal anhand einer Rechnung. Wenn man das jetzt einsetzt und die Punkte vertauscht, zeige ich euch einmal, wenn man das so aufschreibt, sieht es so aus, dass einfach nur die einzelnen Komponenten vertauscht sind und voneinander subtrahiert werden. Da aber das in Klammern gesetzt ist und das muss quadriert werden durch das Quadrat, ist es egal, welches Vorzeichnis es hat. Wenn ich das jetzt hier ausrechne, einmal zusammenfasse, würde hier stehen, minus 3 ins Quadrat plus minus 5 ins Quadrat und dann noch minus 3 ins Quadrat jeweils in Klammern und deswegen kommt auf jeden Fall auch 6,56 raus. Und das ist genau dieser Abstand von a nach b oder b nach a, das ist egal. Dieser Abstand ist 6,56. Der häufigste Fehler ist, dass man keine Klammern im Taschenrechner setzt. Das heißt, es wird so in Taschenrechner eingegeben. Hier a, b ist gleich so dieser Ausdruck. Wenn man das in Taschenrechner eingibt, ist das falsch, weil ihr seht hier vorne und hier hinten, hier sind keine Klammern gesetzt und darauf müsst ihr bitte achten. Das bitte durchstreichend nicht merken. Es muss so aussehen, dass man Klammern setzt, auch im Taschenrechner und dann macht ihr alles richtig. Der Grund, warum das falsch ist, ist, dass auf der linken Seite würde erst das Quadrat genommen werden und dann wird das Minus davor geschrieben werden. Also minus 3 ins Quadrat, rechnet der Taschenrechner erst mal 3 ins Quadrat und dann schreibt er das Minus davor. Wenn man Klammern setzt, macht er minus 3 mal minus 3 und da kommt halt 9 raus. So, das war es auch schon mit diesem Video. Im nächsten Video geht es weiter. Da gibt es eine kleine Aufgabe und ihr seht schon, es geht hier um so einen dreidimensionalen Gegenstand und hier muss man einmal einen Abstand berechnen. Also bis gleich. Ciao. Ciao. Ciao.